Voto 8.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 160 des Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Bei New York konnten die Ukrainer die Russen wieder im Ort zurückdrängen, aber nur ein kleines Stück. Ebenfalls konnten die Russen hier im Westen etwas Geländegewinne für sich vermelden. Die Verteidigung wird dennoch besser, denn die Russen kommen nur noch mäßig voran und versuchen nun über einen zweiten Angriffsweg in den Westen der Stadt zu gelangen. Die ukrainischen Stellungen fangen nämlich erst noch ein kleines Stück weiter gegen den Westen an. Also haben die Russen hier theoretisch gute Chancen zwischen der Verteidigung in der Stadt und der Verteidigung im Westen der Stadt hindurch zu gelangen. Das Dorf Vesele ist mittlerweile gefallen, was aber auch abzusehen war, da die Russen vor Ivanovka stehen und den größeren Nachbarort als vorzeitiges Hauptziel ihres derzeitigen Angriffsweges gewählt haben. Auf russischer Seite konnten die Einheiten der 15 motorisierten Schützenbrigade weiter eindringen und in einem zwei Tage andauernden Gefecht die Oberhand gewinnen. Wenn Sie sich den gestrigen Lagebericht angesehen haben, dann erinnern Sie sich ja daran, dass ich Ihnen sagte, dass genau hier bei Ivanovka ein Angriff kurz bevorstehen würde und dieser wurde auch nun ausgeführt. Das heißt, meine Prognose hat sich wieder einmal bewahrheitet. Das dunkelruchmarkierte Gebiet kam nun auf russischer Seite hinzu. Geschafften Sie es auch, in den weniger bewohnten Ortsrand einzudringen? Auf der topografischen Karte sehen wir ebenfalls das Problem, dass die Russen von einem 213 Meter hohen Hügel aus angreifen, während sich die ukrainischen Stellungen in der Stadt auf etwa 170 Metern befinden. Das erleichtert den Russen die Aufklärung in dem Gebiet und natürlich auch ihre Angriffe. Auf ukrainischer Seite gibt es zumindest in diesem Sektor keine höher gelegenen Stellungen mehr. Wir hören und sehen ja vor allem in diesem Sektor immer wieder russische Fortschritte, da das aktuell ihre Hauptangriffsrichtung darstellt. Jedoch ist die Lage bisher nicht so dramatisch, wie sie unsere Medien meist darstellen. Schauen wir uns das einmal auf der Lagekarte an. Am 18. Februar 2024 haben die ukrainischen Soldaten die Stadt Avdivka verlassen und aufgegeben. Die Russen standen also Mitte Februar an der schwarzen Linie. Avdivka alleine brachte ihnen mehr Verluste ein als der Afghanistan-Krieg der gesamten Sowjetunion, der fast ein ganzes Jahrzehnt andauerte. Ebenfalls fand hier der bis zu diesem Tag größte Panzerangriff der Russen mit entsprechend hohen Verlusten statt. Für die gerade einmal 11 Kilometer bis zur nächsten Verteidigungslinie der Ukrainer benötigten sie vier ganze Monate und währenddessen fand der nächste Panzerangriff bei Tonnenke statt, welcher auch als das Panzerdesaster in die Geschichte ging, da dieser die bisher zweithöchsten Tagesverluste in diesem Krieg mit sich brachte. Natürlich auf russischer Seite. Am 17. Juni konnten sie dann die blaue Linie erstmalig durchbrechen und haben nun innerhalb von eineinhalb Monaten sieben Kilometer vorrücken können. Das ist kein Durchbruch und auf gar keinen Fall ein schneller Angriff, bei dem der Verteidiger vor sich hergetrieben wird. Da habe ich ja erst vor kurzem einen guten Vergleich gelesen. Im ersten Weltkrieg gab es ja die zwölfte Isonzo-Schlacht, welche wirklich eine Durchbruchsschlacht war. Da die zwölfte Division am ersten Tag ganze 27 Kilometer zu Fuß durch sperriges Gebirge und zwar den Alpen einschließlich Durchmarsch durch das italienische Grabensystem machen konnte und sogar noch 2 zu 1 unterlegen war. Das ist ein echter Tagesdurchbruch, bei dem die sieben Kilometer in etwas über einem Monat ganz schön alt aussehen. Viel eher passt das zu den zahlreichen Stellungsschlachten von vor mittlerweile über 110 Jahren. Verstehen Sie das jetzt nicht falsch, denn nur weil etwas nicht so dramatisch ist, wie es oft gerne dargestellt wird, bedeutet es nicht, dass man den Bereich jetzt vernachlässigen kann. Die Ukrainer haben hier einen immensen Druck zu bewältigen und auch erhebliche Verluste als auch zwei Brigaden, die kaum neue Einheiten zuversetzt bekommen. Aber trotzdem die Front halten müssen. Das bedeutet also noch lange nicht, dass hier eine entscheidende Niederlage bevorstehen wird, so wie es oft auf russischen Telegram-Kanälen voraus prophezeit wird oder eben auch bei uns in den Medien. Sondern, dass man den Feind in einem dynamischen Abwehrgefecht verlustet zu tolerierbaren Geländeverlusten hinzufügen möchte, während man selbst versucht, so wenig Einheiten wie möglich zu verlieren. Würden die Ukrainer hier nämlich nur auf eine starre Verteidigung setzen, dann würden die Russen wieder alles mit Gleitbomben platthauen, gegen die sich die Ukrainer kaum wehren können, bis sie dann eben ehemalige Stellungen erobern können. Das würde viel mehr Verluste auf ukrainischer Seite mit sich führen und dafür würden die Russen aber nicht so in Anführungszeichen schnell vorankommen. Die offenen Felder, die man mittlerweile aufgegeben hat, sind kaum relevant, solange man die Einheiten nicht verliert und diese dann hochwertige Ziele wie zum Beispiel das Autobahnkreuz oder eben die Stadt Burkrofs schützt. Wenn Ihnen die Arbeit hinter den tagtäglichen Berichten gefällt, die ich für Sie leiste, dann unterstützen Sie mich gerne mit einem kostenfreien Abo. Die meisten Zuschauer sind keine Abonnenten, auch die meisten wiederkehrenden Zuschauer sind es ebenfalls nicht, kommen aber jeden Tag wieder hierher zurück, um sich den Lagebericht anzusehen. Jeder Bericht kostet mich neben meiner normalen Arbeit nochmal gute 4 Stunden Aufwand, die ich dafür leiste, dass Sie eben jeden Tag gut informiert sind und zwar ohne jegliches Blabla. Aus diesem Grund können Sie mich gerne für den Aufwand von 2 Sekunden für das Klicken des Abo-Knopfes ebenfalls unterstützen, damit wir den Kanal gemeinsam auf ein höheres Level bringen können. Sanktionen wirken Vor kurzem zeigte ich Ihnen ein Video, in dem Putin meinte, dass die Ressorts bei den aktuellen Budgets bleiben sollen, da aktuell kein Zitat extra Geld zur Verfügung stehen würde. Nun bestätigt das auch die Chefin der russischen Zentralbank. Sie meinte nämlich in der letzten Konferenz, dass die Wirtschaft Russlands in sehr stürmische und unbekannte Gewässer eingedrungen ist. Dabei machen viele Wirtschaftszweige enorme Verluste und erholen sich nicht vom Krieg. Ausgenommen sind dabei natürlich die Kriegswirtschaft und scherzhaft natürlich auch noch die ganzen Blumenläden, die seit dem Kriegsbeginn davon profitieren. Selbst Gazprom hat im letzten Jahr einen Milliardenverlust einfahren müssen und auch viele Immobilien in Moskau als auch ein 4-Sterne-Luxus-Spa verkaufen müssen. Und das war noch vor den ganzen Drohnenangriffen auf Raffinerien und Depots. Weiterhin sollen Arbeitskräfte fehlen, die im Krieg gebunden sind oder eben ins Ausland gingen. Das soll eine zunehmende Belastung darstellen. Die nun steigende Inflation möchte man aber auch durch eine bereits angekündigte Steuererhöhung ausgleichen und erhofft sich dabei durch kluge Investitionen ein Wirtschaftswachstum von 4%. Schauen wir mal, ob das wirklich so funktionieren wird wie geplant. Doch dafür können Sie mir Ihre Meinung natürlich in die Kommentare schreiben. Die Zufahrtsstraße nach Vule-Daar, welche für die Versorgung des Ortes unverzichtbar ist, wurde ja bereits öfter angegriffen. Die Russen versuchen immer wieder diese zu erreichen und damit den Nachschub zu beenden. Bisher schafften es die Russen zwar nicht diese zu erreichen, dafür posteten sie aber heute ein Bild mit einer Fahne in einem abgebrannten Fahrzeug. Lassen Sie sich nicht beirren, die haben Sie wohl mit einer Drohne abgeworfen und die Straße physisch nicht erreichen können. Das kommt daher, dass Sie sonst immer wirklich ausnahmslos mit Soldaten eine Flagge hochhalten und niemals die Flagge alleine zeigen. Und ansonsten gab es auch keine anderen Geolokalisierungen oder keinen Bericht darüber, dass Sie eben hier vorrücken konnten. Hier zeigen die Russen eine Artilleriegranate, die keinen Sprengstoff, sondern Propagandaflyer mit sich führt. Die sind vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg noch in Erinnerung geblieben, schließlich ist das ja keine neue Erfindung. Da stehen dann die 0815-Phrasen drauf, die Sie ja von einigen Leuten auf Twitter oder eben manchmal auch in der Kommentarsektion kennen. Also sowas wie, Russland wird gewinnen, Russland ist stärker, die Soldaten sollen ihre Waffen niederlegen und sich ergeben, dann wird man sie auch gut behandeln und dann darf man nach dem Krieg auch zur Familie zurückkehren. Oder sowas wie, man soll die eigene Regierung stürzen, um den Krieg schneller zu beenden und so weiter und so fort. Das ist Ihnen ja alle schon bekannt. Jetzt erinnern Sie sich aber mal an das, was ich Ihnen vor drei bis vier Minuten über die Son-Zustacht erklärte. Und natürlich auch an die Tatsache, dass die drei Tage Spezialoperation in drei Monaten zur 1000 Tage Spezialoperation wird. Das ist übrigens die erste Videoaufnahme solcher Granaten, weshalb ich sie Ihnen nicht vorenthalten wollte. Im Süden der Kribben wurde wieder eine S-400 Flugabwehrstellung durch Attack Games gegriffen, die ist wahrscheinlich der 15. Division unterstellt gewesen, da ja das 31. Regiment mittlerweile gar nicht mehr in diesem Gebiet ist, sondern an die Kehrsbrücke, wie viele andere Systeme, auferlegt worden ist. Auf dem Satellitenbild ist das Feuer sehr gut erkennbar. Laut den Ukrainern waren dort vier Systeme stationiert, als auch ein Radar. Einer der Attack Games wurde wohl von den Russen über Sevastopol abgefangen. Die Trümmer landeten auf einer Straße. Die Sub-Munition ist klar zu erkennen. Das war also ein bestätigter Abschuss auf russischer Seite. Vergleicht man nun beide Bilder, dann konnte wohl ein Teil abgeschossen werden und ein anderer Teil konnte die Flugabwehr zerlegen oder zumindest für einen größeren Brandsorg. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Lagebericht. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Mal.